So, wir haben den Start hier. Schaut euch um! Ach, drei Linien. Kann ich hier irgendwo abhauen oder so? Ah. Du sucht sie! Ach komm, reiß ich nicht drüber drauf. Los. Ah komm. Ah. Okay, glaub ich muss da durch. Oh shit, glaub ich. Nein! Fuck, ich bin schlecht. Ne? Was hab ich getan? Ja. Fängt wieder gut an, die... ... die Weiterführung der Folge. Hey. Ich weh nichts! Halt! Die Hände hoch! Was ist gelockt? Hier drüben! Mann! Ach Gott, ich bin noch behindert. Ich muss, glaub ich, einfach nur ein Ballern mit der Huffe. Mach ich jetzt auch. Ne O, ein P. Geh rein und... Tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata Das ist wieder alles mit dir, Dein Tafel. Ja. Los, ran an den Baster! Oh. Oh Scheiße! Der Rauch ist! Es ist zu dicht! Siehst du? Ja. 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 Nichtbarer Wand. Jetzt haben wir ein Musitionsding. Oh. Shit. Hier lang! Okay. Scheiße, wo ist der? Da ist der lang! Oh fuck! So ne Scheiße! Was? Sorry. Ich hab's nicht gut. Alles klar! Du mal los! Na dann, los! Moment, wo ist der Junge? Keine Ahnung. Hat sich wohl verdrückt. Ich will meinen Laptop! Solltest du nicht im Kafferraum warten? Wir reden später, okay? Wir reden später, okay? Los! 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 Ich will meinen Laptop! Oh! Fuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuffuff! Geh aus block! Lass links links links! Weiter! Oh shit! Oh. Oh man, Alter! Das war die Verkack- Folge oder was, ey? Leute... Los, los, los! Ich fahr da schon. Geh aus, raus! Nach links, links, links! Weiter! Ha! Weichland! Im Schluss holen wir uns nicht anhalten! Rück auf Gas, Link! Achso, achso, ey! Okay, ich glaub, ich blick's langsam. Ich bin doch tot schon, oder? Alter, das ist ja... Ich muss jetzt mal kapieren, wohin ich gehen muss. Ich muss jetzt kapieren, Leute. Los, los, los! Sind die mit dem Gehder, Alter? Geh ausgerufen! Nach Hülkswölk! Weiter! Wir kurz folgen und nicht anhalten! Ah! Faller doch! Ah! Oh, Junge! Ja, der will nicht fahren! 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 Ja, aber ich bin tot! Ja, super, wenn der Wichser da... Das ist der Hurensohn! Von Gegner! Einfach da, der sich rein stellt, in diese Mini-Dinger! Ja! Und die mir so'n... Keiner und Panzertruck gammelt, oder so! Dann kann ich nicht viel machen! Du willst jetzt nicht laden, oder willst du nicht laden? Los, los, los! Die Ausdruck! Nach Hülkswölk! Weiter! Hüch! Recht lang! Im Flussholz! Jo, Alter, was war denn das jetzt? Hey, doch! Jo! Was ist das für'n Bullshit, Alter? Ich war schon längst vorbei, ey, an dem Scheiß-Zug! Und dann plötzlich... Bumm! Ja, ist klar! Los, los, los! Geh, aus und auf! Nach rechts! Nach rechts! Weiter! Schreckensladen! Im Fluss holen wir uns nicht anhalten! Scheiß... Auf geht's nicht mehr... ... ... ... ... ... Fuck, Alter. Jo, okay, treffer. Boah, Alter. Alter. Oh, shit. Oh, my God. Schnappen wir uns, die Kerle. Das wird lustig. Der Kerl kann ja schießen, die Hörer sind so. Und noch einer. Das ist ein bisschen unrealistisch, aber okay. What the fuck? Alter, ich falle hier. Da, 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 da. Trefft ihn nicht. Boah. Geist, geist. Wir verpäst uns. Wir sind in der Echt. Hier fährt keiner U-Bahn. Mitten ist der U-Bahn. Da ist immer noch einer. Weiß, weiß. Der Tuch. Oh, Gott. Du hast den Ausstattel aus dem Wagen. Der Scheiß-Greis-Grattner-Grattner-Grattner-Grattner-Grattner-Gratt. Oh, shit. Alter. Oh, das Auto ist neu. Okay. Fuck. Oh, das ist knapp. Das war alles knapp. Wagen kommt als Ziel abgeschlossen. Oh, yeah. Ist doch lustig, so was. Autorennen-Ding. Mitgeballert. Aber es ist jetzt unruhig, aber es ist ja wohl endlich Munition hat. Okay. Das war grandios. Warum wird ein Schrottplatz von einer kompletten Armee bewacht? Habt ihr die Drogen gesehen? Welche Drogen? Die Wagen. Herzlichen Glückwunsch. Sie zerlegen gestohlene Autos, packen sie voller Drogen, setzen sie wieder zusammen. Und verkaufen sie sie ans Auto aus. Mann, hätt von mir sein können. Das ist Kanks Autohaus. Die Züge liefern die gestohlenen Wagen an, von überall her. Kang packt sie voll mit Drogen. Aber die Züge gehören Dorsleuten. Dorsleute. Echt jetzt. Die Züge werden neben Kanks Werkstatt ausgeladen. Das ist gar nicht so weit. Sehen wir's uns an? Ziehen wir Mr. Kang aus dem Verkehr? Klar, warum nicht? War ja auch ein ruhiger Tag bisher. Ja klar. Ist doch nix. Oh, das geht immer noch weiter, die Jepes, oder? Das ist ja crazy. Okay, das hier ist die Schaltzentrale. Wiehe, wenn sich das nicht lohnt. Solange wir Dorsle mit Schaden lohnt es. Also, wer ist dieser Kang? Er hat dauernd toll A in der Hand, steckt gerne Leute in Schrottpressen, hat ne geile Braut, zu halb gut. Außer der Sache mit der Schrottpresse scheint er cool zu sein. Außerdem leitet der Dors Geschäft in L.A. Wenn wir den ausschalten, hat Dors hier niemanden mehr. Sehr viel passiert, aber, oh. Okay, wir wollen jetzt, äh, hier ist der Zahn, kann, kann, kann glaube ich jetzt sein. Ich hab so'n gutes Gedicht, das tun. Wetten, es kommt jetzt irgendein scheiß riesen Auto und wollen wir uns sowas von weg bängen. Was da? So'n Typ. Da drüben, sei entladen, Dorsleute. Offenbar haben die Koreaner Angst vor Ihnen. Na dann sagen wir mal Hallo. Na toll, ausgerechnet heute bricht der Kang-Krieg aus. Ich bin begeistert. Immer wieder, wir warten leider. Und wenn Kang in sein Auto einsteigt, jagen wir ihn in die Luft. Meinst du wirklich, Lily Kang kann das hier übernehmen? Mit unserer Hilfe? Ja. Wenn das nicht klappt, dann wird's hartlich. Das klappt schon. Meinst du, Lily benutzt uns nur? Ja, kommt mir aus. Okay. Na und? Wenn, dann platziere ich meine nächste Bombe unter Ihrem Auto. Hey, pass auf. Du musst, du musst ruhig bleiben, okay? Entspann dich. Ja. Ja, okay. Hey! Schnapp ihn euch! Hey, hey, mach es! Fuck, mach die Kürze! Ich gehe rein! Da drüben ist er! Da ist er! Bis gleich ist er dir, Dick. Ich gehe rein! Da! Die End! Ich gehe rein! Fuck! Oh. Ah, mal rein. Scheiß Molotons. Ich schiehe, Alter. Dann. Da wo ist er? Nach ihm zu drüben! Los! Was zum Verlässt das? Ich sehe ihn! Such ihn! Habt ihr da schon nachbekommen? Mach dir alles! oh shit was war das gerade what the fuck was war das gerade was hab ich gerade so bumm gemacht und tot so scheiße jetzt wieder nicht bitte nicht alles von vorne gehen aber scheiße ist dann er muss ausgerechnet heute bricht der gänkrieg aus ich bin begeistert das ist das scheiß geschütze das macht zu hart der menschen das scheiß geschütze okay los Oh, 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 oh. Hier drüben! Hier drüben, was für das? Ist er tot hier? Was? Ich dachte, ein Steigen und... Schade Was war das? Da ist er! Schade 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 Oh Bitte, was... Ich würde sagen, Jackpot Kokain im Werbe von 9,9 Millionen Dollar Ähm, bist du jetzt der Drogen Rain Man? Überlassen wir das den Cops Das Zeug kriegen die Cops nicht Was hast du denn damit vor? Wir sind in Los Angeles Ich kann das in 6 Tagen verkaufen Ach, was rede ich? Ich kenne ein Basketballbrot nicht In 4 Tagen Tyson, kein Witz Los jetzt! Ich bring das Zeug hier raus Du kannst mir gerne dabei helfen Der Gabelstapler fährt ungefähr null Keim hart Damit wirst du nächste Woche in Hollywood Komm schon! Hey Tyson, ich bin nicht blind Und was machst du denn da? Los, ich hab's doch gleich gezeigt! Willst du mal da aussteigen? Tyson, verdammt! Ich geh nach hinten und schieb! Raus da! Scheiße! Oh man Was geht da? Weiß der Bildschirm Mit der Fol- oh Also hier geht die Fol- immer noch rein Krasse Scheiße Keine Fahrt jetzt! Lauter guck! Jo Leute! Episode 6 aus Betrieb Haben wir gemeistert Die ging jetzt so 46 Minuten Ungefähr Äh hab ich einen kleinen Cut gemacht Aber dann wird er gleich hin Nein 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 Ist ja wurscht Ich glaube es hat geklappt Und da ja Dann würde ich sagen Wir ziehen uns das nicht immer zu einer Weingang für Von Bill Villarline Äh Planzeit, Minecraft Planzeit, Minecraft Planzeit, Zombies, God Warfare Wohl auch irgendwas anderes Und ich sage dann Bis denn und ciao! Outro